Willkommen zurück zu einer weiteren Runde Bioshock. So, dann wollen wir mal gucken, dass wir hier jetzt mal weiterkommen. Okay. Haben wir hier. Jede Menge Salz. Aber kein Elektro-Jockey. Okay. Und uns fehlt ein Lockpick. Eine... Brauchen wir Geld? Ja. Danke. Ein Lockpick fehlt. Der Laden wurde geplündert. Hier gibt es keinen Schock-Jockey. Slate muss es mitgenommen haben. Da. Äh, okay. Ist das... Slate. Er ist hier. Überwältige Slate, ja. Na gut. Leisten können wir uns sowieso gerade nichts. Was ist das? Komm, Stocks Schiffe. Er kommt wegen Slate. Es war Slate, der bei Wounded Knee für sein Land tötete. Es war Slate, der die Tore Pekings stürmte. Slate! Slate! Komm, Stock kommt, Booker. Aber uns zu töten wird ihm nicht reichen. Oh nein. Er will uns auch noch in Blech verwandeln. Das lasse ich nicht zu. Er hat mir meine Vergangenheit gehaubt. Aber mehr bekommt er nicht. Gib uns endlich diese Kraft. Das muss doch nicht sein. Auf auf, Jungs. Der Soldatentod warntet. Nein, nein. Na gut. Dann kommt man erstmal ran. Hier in den Hofmeter. Fängt daran, wofür wir kämpfen. Ja, Mann. Das ist doch schon mal eher meine Waffe. Na, wer möchte nochmal? Na, komm. Ich lade erstmal nach. Ja, komm. Na, kriegt ihr nochmal ein paar Rahmen ab. Medizin. Strohflinte nämlich gerne gleich. Okay. Jetzt bräuchte ich die Strohflinte. Du bist nicht der, Booker David, den ich kannte. Blech, Mann. Blech, Mann. Los. Hier. Danke. Vorwärts, auf ihn. Na, kommt. Wer sitzt fest? Haltet ihn los. Halt ihn los. Nimm nochmal ein. Werde ich auch. Weil ich es... Ach man. Jetzt... Keine Ahnung. Hast du nicht auf Lager, Soldat? Jetzt komm schon. Los. Aber klar. Enttäusche die Jungs nicht. Wie willst du denn noch holen? Was ist schon ein Leben? Verglichen mit dem Glauben. Ja, ja. Jetzt sagt der Richtige. Ernte, was du gesät hast. Was soll ich denn ernten? Für den Glauben. Kurz nachladen. Oh, 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 oh. Au, 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 au. So. Passt doch. Na, komm. Na los, David. Zeig mir, was du kannst. Na, gut. Ach. Er, komm. Oder willst du immer noch nicht? Na gut. Wenn du nicht willst, ich will auch noch nicht. Äh. Kurz nachladen. Mal wenigstens nochmal ein bisschen Salz. Oh, hier hinten liegt noch was. Noch ein Lockpick. Wie soll ich jetzt da hochkommen? Der Kran ist ja jetzt gar nicht da, oder? Au. Ach da. Na gut. Gehen wir erstmal hier durch. Aber scheinbar, er kommt nicht runter. Das heißt, ich könnte hier hinten, ja. Wenigstens einmal nochmal. Oh, Lockpick. Da ja leer. Hast du noch was? Das ist noch eine Banane. Mal hier noch ein Band. Meine Männer und ich. Oh. Das hab ich eben gar nicht richtig mitgekriegt. Gut. Nimm mal hier nochmal Schilder. Verloren. 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 Verloren wie der edle Custer bei Little Bighorn. Aber wir werden uns Comstock und seinen Blechsoldaten nicht beugen. Doch mein Speer hat ihn gesehen. Booker DeWitt ist unterwegs hierher zu Hall. DeWitt. Wir nannten ihn die weiße Rothaut von Wounded Knee. Wegen all der grausigen Trophäen, die er sich holte. Ein Mann wie er könnte uns den Frieden verschaffen, den wir so ersehnen. Oh Mann. Gut. Aber ich werde hier doch nochmal auswechseln. Statt Schrot nehmen wir doch MP mit. Und jetzt laufen wir da hinten mal hoch. Ich will wie gesagt die Mini gar nicht loswerden. Oh. Sehr schön Salz. Salz kann ich immer gut gebrauchen. Hier war nichts. Da ist zu. Das heißt wir haben nur den Weg hier. Aber vorsichtig. Da vorne ist er. Mich würde interessieren. Okay die können einfach so durchlaufen. Ja. Einmal rüber hopsen. So der hat eine Schroplante. Die will ich nicht. Ich würde nochmal so eine Minigun haben wollen. Hol die von Slake. Schock Jockey. Du bist hier noch nicht fertig Soldat. Schön leer essen den Teller. Bring's zu Ende. Jetzt bist du ein Blechmann. Ein Blechmann. Press to shoot a bolt of electricity. Drücke rechte Maustaste, um ein Gegner vor dir zu schocken. Halte rechte Maustaste gedrückt und lass die Taste danach wieder los, um Schockfallen aufzustellen. Diese Fallen verhindern sich, um ein Netzwerk des Schaden verursacht. Okay. Sie haben ihn verschont. Nicht aus Gnade. Comstocks Männer werden ihn erwischen. Gewöhnt man sich jemals daran? An's töten? Schneller als du dir vorstellen kannst. Na gut. So, das heißt wir haben jetzt Schockjockey. Ich laufe aber einfach mal hinterher, weil die gibt ganz schön Gas. Das war aber jetzt auch wirklich sehr, sehr OP. Okay. Hat da nicht noch Geld, halt. Das muss mitgenommen werden. Hier ist etwas Geld. Hier. Danke. Haben wir sie ja? Auch nicht alle. Sein Kopf ist geplatzt. Ich spüre, dass Slates Worte sie gequält haben. Sie haben mir gezeigt, dass es Situationen gibt, in denen es nur ums Überleben geht. Überleben ist das eine. Spaß an der Sache zu haben, das andere. So, hier hatten wir immer noch nur Schadensbooster. Dann gucken wir hier drüben nochmal. Hier war ja jetzt Munition, aber leider nicht für die... Also für die Minigun hätte ich jetzt Munition sogar gekauft, aber... So, was lacht da? Da lacht jetzt noch eine normale Schrot. Hattest du nicht irgendwas hier? Jetzt könnten wir hier den Teufelskuss Hilfe nehmen, aber ich will ja den Kriegen Hilfe. So, bei dir hatten wir noch was. Kann ich die auch zum Leben erwecken? Nee, leider nicht. Okay, dann rausgehen. Was ist denn ein Moskito? Den da, los! Aber klar! Blech, Soldat! So. Er war doch eben noch da! Dann lassen wir hier mal ein bisschen ein frülltes Hähnchen übrig. Oder auch nicht. Danke! Hättest du mir nicht sagen müssen, dass du nachlädst? Okay. Hier haben wir nochmal ein bisschen Salz. Silber. Money. Wunderbar. Nochmal ein bisschen Geld. Na, ha. Noch ein Hotdog. Na, ich glaube, das war's. Na, jetzt werden die Kämpfe auch langsam ein bisschen schneller. Aber ich komme mir halt immer noch so mega langsam vor. Ich weiß nicht, woran das liegt. Selbst beim Laufen komme ich mir langsam vor. Ja, sorry. Ich bin halt der Müllwühler. Gut. Ach nee, wir mussten ja hier wieder zurück. Irgendwie. Nee, der ist voll. Da kann ich mich dran hängen. Zwing mich nicht dazu! Los! Hier! Das ist ein sicherer Vorfeld! Pickel! Der ist jetzt auf unserer Seite! Feuer! 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 Aua! Erledigen! Ich bring dich um! Ich bring mich um! So. Da haben wir schon mal den ersten. Da hatten wir noch einen. Den kriegen wir auch hin. Ich bin ein Nah. Ja, dann komm. Mögen die... Der hat sich heute in Metall reingesetzt. Okay. Krass. Es ist doch vorbei, oder? Bitte, es soll vorbei sein. Ja, ich glaube schon. Der läuft uns wirklich noch hinterher. Aus einer anderen Dimension. Okay, cool. So, hier haben wir noch was. Los! Mach! Bitte sehr. Danke. Und dann gleiten wir mal wieder runder. Wieder schön zurück. Aha. Ich hab halt nicht mehr viel, ne? Es ist... Ich... 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 Da kommen wir nicht. Ich werde nicht nutzt, der nicht gewinnt, ne? Hallo? Alles hier? Oh! Na! Die Strafe muss vollstreckt werden! Ja. Ich bin schon am suchen. Den... Such. Munition! Okay. Hier, bitte! Vielen Dank. Schwarz und verbrult wird ein Fleisch sein. Na, kurz aufladen. Komm, Schild. Und... Heie! Machst du jetzt gleich rum? Boom. Danke. So, und für dich auch nochmal. Ah, langsam. Ich heiße Bucke. Ich werde es mir gern zu Herzen nehmen. Bucke. Wenn wir irgendwann mal nicht beschossen werden. Falls es sie interessiert, da drüben ist Ausrüstung. Da drüben ist Ausrüstung? Eine Dame mit Sinn für B. Ah, haben wir jetzt die gewünschte Ausrüstung? Natürlich nicht. Ähm... Das gefällt mir! Ähm... Ich könnte hier... Karabiner mitnehmen. Hier lag ja noch eins. Schade um diesen Minigun, ey. War einfach gerade keine Munition dafür. Ich frage mich, wo hier das, äh... Heftchen sein soll. Wir sind ja jetzt wieder hier. Oh, wo soll das sein? Das ist jetzt die Frage. Na, hier ist jetzt wieder Salz drin. Toilette benutzen. Ne, wäre einfach zu leicht, wenn man einfach nur... ...das Klo benutzen muss. Ja, aber ohne das Buch kann ich halt hier das Rätsel nicht lösen. Da liegt nur eine Schrohrflinte. Sollten wir den Karabiner so ein bisschen benutzen. Oppala. Was war das denn? War ja schon lange nicht mehr. Einfaches Zwischenladen in einem Spiel. Hier hinten kommen wir auch nicht weiter, ne? Ne. Und hier war ja nichts weiter drinnen. Bis auf Tickets. Oh. Oh? Das war bestimmt in irgendeinem abgeschlossenen Raum hier. Obwohl, hier waren wir noch gar nicht. Boah, die nehmen wir uns jetzt mal raus. Na, das passt. Besuchen Sie die Hall of Heroes und lernen Sie das bandneue Schock... So. Der hat auch immer wieder noch dasselbe... Er braucht schon das Elektrizitätswerk. Kannst du das öffnen? Mal sehen, was ich tun kann. Na? Bitteschön. Dankeschön. So, Ananas. Banana. Okay. Oh, wir kriegen auch wieder was wieder. Was haben wir hier? Sturm. Beim Töten mit Teufelskuss, Chuck, Schocky oder Bokka Bronco springen die Effekte auf Nahe Feinde über. Das würde ich doch mal nehmen. Das klingt nach dem Plan. Und hier haben wir noch mal ganz viel Geld. Hier haben wir noch was. Ne. Das klingt doch mal nach dem Plan. So, können wir uns hier noch die Zuckerwatte reinpfeifen. Ah, sonst hier oben war ja jetzt auch nichts weiter nach. Versuchen Sie die Hall of Heroes und lernen Sie das Band von Chuck, Chucky kennen. Wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Na, wer braucht schon das Elektrizitätswerk? Niemand. So, hier haben wir auch. Was ist schon ein Leben verglichen mit dem Glauben? Alter, du und deine Minigun. Oh, das Ding hat sogar noch so viel Munition. Ja gut, das nehme ich jetzt mal mit. Wie gesagt, eigentlich mit selber. Hm. Und hier war jetzt auch nichts weiter neu, ne? Naja. Na gut. Dann gehen wir mal bis hier hinten hin. Und dann würde ich sagen, bevor wir jetzt hier den Fahrstuhl benutzen, machen wir hier nochmal einen kleinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Also schaltet wieder ein und bis denn.